Es ist ja ein kleiner Jungtraum. Zuerst Airbrush bei uns in der Firma, der nächste Step wäre ein Hauber und jetzt habe ich mir den Traum erfüllt. Ich mag ihn eigentlich gar nicht hergeben. Einer von meinen Fahrern bekommt ihn. Es ist für mich ein Traum und für jeden Fahrer denke ich genauso.